Aussehen... Es würde mich extrem wundern, wenn hier keine okkulten Gruppen holen. Mit irgendeiner Form. Was ich jetzt machen werde, das sagst du schon. Hier, das ist schon 2 Seil und Obelisk. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir haben hier ein Obelisken. Da sieht man schon diese Bode... Ist da hier drin? Oh nein! Nein! Wir haben hier ein Obelisken. Mann! Wir haben hier ein Obelisken. Aufsehen! Aufsehen! Das ist so ein Obelisken. Ich mache hier.